wir sollten wirklich mal noch mal ein teamspeak dingens machen ja schon mal überlegen ja ist es auch akt ist nicht mal haben wir nicht noch ein überlegen was wenn ich noch ein hier wenn er nämlich mit 50er slot oder 100er slot gleich was soll das alles andere macht gar keinen sinn das ist so was alles andere macht keinen sinn du so gut heißt es je ich glaube wir uns mal ganz kurz hinlegen denke ich mal also das werden wir machen drei stunden noch mal hinlegen ich selber kenne das auch wenn du so ein bisschen so ein bisschen was getrunken hast du also dann einfach noch mal über dusen also das ist nicht verkehrt das ganz glauben diese und schon geht uns das auch gut hat mal gesagt früher war das so drei tage ist gefeiert und einen tag gebraucht um sich zu erholen umgekehrt ist er hat da irgendwie knedi so gut da haben wir noch einen auftrag aber bevor wir das machen ein schluck aus der polen hier beziehungsweise ein aussehen und ja so diese höflichkeit untereinander oder diese respektvolle umgangsweise gegenüber auch den frauen finde ich sehr schön auch das wirklich ist eine mittagszeit machen ja ja okay also das sind aber auch solche sachen so dieses dieses dieser umgang ja das fehlt heutzutage mrs strauss ich werde dich in lohnend all ready you know how it is people is happy to borrow off someone like me more enthusiastic paying back to someone like you course who are they hmm let me see a chick matthews works und ich rate ihn an vorher zu krabbeln ja deutscher zu sein er hat einen deutschen dialekt so was wäre jetzt die mission das habe ich eben bloß gesehen treibig geld ein schlitten ja auf der liste steht wo die sind und so drei unterschiedliche äh points wandert na 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 kommt das was wir sein das ist so klein angezeigt dahin dahin und dahin also das heißt da geht es einmal hin gleich zurück ich müsste nämlich auch auf toilette ganz ganz dringend du bist unser pferd ich scheine gerade blind zu sein genau wie immer wo ist unser herr der acht daneben auch eingeparkt ich bin auch gleich zurück ich auch einmal auf toilette ja ich sehe nicht weil ich mit absicht und sieben die nicht Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann lass mal markieren. Vielen Dank. Okay. 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 �� Okay. QUICK uhh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. It's still don't understand you. Where is the money? Gold. Dollar. Ich habe nichts. Ich habe nichts. Nein, nein, nein! Bitte nein, nein. Ich habe Geld. Aber ich habe das. Ist gut, ist gut, ist wertvoll. Ist also Warschau, ja. Ich habe viele Dinge. Ok. Ich habe etwas. Ist ja gar nix, Alter. Nichts. Nichts! Nicht rollen, oder wat? Das ist nix. Der hat nix. Gar nix. Nicht rollen oder was? Guck noch mal in den großen Raum, da wo er sowieso schon drin steht. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Okay, ich brauche etwas anderes. Oh, nein. Okay, das sollte genau das Cover sein. Okay. 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 So kann ich mir den Kopf schütteln, das ist so. Geht's doch nicht wie für mein Geld, Mann. Weißt du, den habe ich nicht mit dem Kopf geschüttelt. So. Nächster Punkt, dahin. Du musst eben nur auf das Gleichgewicht achten, das wird nicht zu oft machen. Ja, ich weiß das. Du brauchst mal gute Taten machst. Die sind nicht das Gute. Ich mag das Gute auch nicht. Ja. 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 Bitte, te lo dices! Bitte! 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 Geht ihr in eine liebliche Kompatition? Ich habe es, die Richtung Nord, Meksiko, um zu zu Challenge einem realen Amerikaner Gunslinger. Bitte! Bitte! Andere, Andere, Andere. Si, 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 Senor, nur Español. Ich habe gerade wieder Trommel gehört. Entferne alle Pferde. Okay. Machen wir. Dann nehmen wir das weg. Oh. Steig an a horse, Cowboy. Just draw your gun and aim when you're ready. All right? Shoot. Perfecto. Damn it all! How the hell did you beat me, huh? Better shot, I suppose. Oh, that didn't make me happy at all. How about we raise the stakes, huh? Ah, I'm all right. Well, how are you forbidding me? So, come get your wind. Oh, that's right. Mm-hmm. Hämme die 5 Dollar, Alter. So, ich will jetzt ativier. Und eine blaue Bohnen verpassen, Junge. Why did you even bother, Benton? Okay? Ja, zu deinem Land gewinnst. Ja, schießt auf mich. Ja, du dreckige Mexikaner, Alter. Siehste, hat nämlich auch nur 7 Dollar beigehabt. Oh, ja, 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 das sind Servisse. Fängt gleich hinter Hamburg an. Hahahaha Wie ging das vielleicht auch? Ja Also so hab ich zumindest gerade im Kopf Ich bin gespannt, wann die mir die Ausrüstung schicken wollen Jetzt habe ich noch keine Benachrichtigung Immer noch nicht Ist aber schwach Ne, das letzte war der Arbeitsvertrag, den ich ihn zurückgeschickt habe Ja Vielleicht laufen ja noch ein paar Recruitings Aber ich hätte ja zumindest ganz gerne eine Rückmeldung Ja Ob der Vertrag angekommen ist, wie es jetzt weitergeht und so Mein Arbeitsvertrag fängt am ersten an Wenn das hier nicht ist, dann ist das nicht mein Problem So, da sind wir denn So, reis auf hier die Schrankwand Schon mal ein bisschen moderne Wie da ist zu Du weißt, den steht hier aber gut, ne? Stand da nicht grad wer hier draußen? Hm Ein Euro Bank Ein Euro Bank Ein Euro Bank Ja, eine Naturbank Und ab Ist er? Alter Alter Jetzt sie zu dein Land gewinnt, Alter Sonst ich verpasse eine blaue Bohne Oh, Arschloß Und da los Sein Pferd umgelatzt Der schießt auf dich Der schießt auf dich Der schießt auf dich Der schießt auf dich Wer ist dort? Der schießt auf dich Du hast auf Anything mehr besser gemacht? Geh weg! Da Oh, wer ist jetzt? Wer ist hier Zeuge? Hier ist keiner Zeuge. Das ist nichts mit dem Ort. Ich wollte die Rübe weggebraten, Mann. Wir Zeugen kein Wort. Keine Arme, keine Kekse. Genau. Oh, den nehme ich diese über eine Taschenuhr. Oh, der Hund. So, dann haben wir ja nur noch einen. Nein, haben wir nicht. Guck jetzt wieder alles weg. Hä? Die Map, ne? Der ist auf dem Feld schon abgekrabbelt, der vor dir liegt. Ich schau auf der Karte nach dem Versteck mit dem Geld. Ja, das tue ich gerade. Aber... Wo soll das Versteck sein? Ist das doch eine rote... Genau. Meinst du, das ist der rote Bereich? Meinst du, das ist der rote Bereich? Na, das ist rot eingekreist, würde ich sagen. Soll ich jetzt mal vermuten. Erst mal eintrinken, ne? Ne, warte mal. Das kann hier nicht alles gewesen sein. Auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Gut, Kanten. Hallo. Nimm doch mal. Hallo. Da steht immer er dran. Zeuge? Ja, also... Heißt das? reitete einer solle reiten auch das so ihr zeuge mord jetzt muss man weg mal laufen